Hallo zusammen, ich bin Mariano, mache die Ausbildung als Fachmann Gesundheit hier in der UPD und beim zweiten Ausbildungsjahr. Heute zeige ich dir, wie es mein Beruf auch so beinhaltet. Mit einer Ausbildung zum Fachmann Gesundheit kannst du sehr viele weitere Ausbildungen weiterführen. Unter anderem kannst du an die HF gehen und Pflegefachmann werden oder wenn du die Berufsmaturität machst, kannst du an die Fachhochschule gehen und dort ebenfalls Pflegefachmann werden. Du hast dir sonst noch viel HF- oder FH-Abschlüsse zur Verfügung und mit der Berufsmaturität kannst du schon noch Passerellen machen und schlussendlich noch studieren. Solltest du gut mit Menschen umgehen können, Verantwortung übernehmen, hilfsbereit sein und speziell Psychiatrie Menschen gut einschätzen und für gewisse Situationen ein Gespür ich haben. An meinem Job gefällt mir, dass ich jeden Tag eine verschiedene Herausforderung habe und ich nicht weiss, was auf mich zukommt. Es gefällt mir ausserdem, anderen Leuten Freude zu bereiten und soziale Kompetenzen zu üben. Was mir auch gefällt, ist, dass man sieht, dass gewissen Patienten plötzlich besser geht, ohne dass man es niemals hätte gedacht und dass man Anerkennung bekommt von Patienten. Die bieglichen Fragen und Probleme, egal ob es sein Beruf privat oder Schule betrifft, kann ich zu meinen Berufsbildnern gehen, mit ihnen darüber reden und ich bin sehr gut unterstützt. Ich hoffe, dass ich ein bisschen erzählen kann, was mein Beruf auch so beinhaltet und wenn es dich anspricht, melde dich doch heute noch und viel Spass bei der Jobsuche.